Hugh Grant und Chris Pine. Wurdet ihr schon mal mit jemandem verwechselt? Ich war für mich verstanden. Ich war in einer Gasstation, einer Petrolstation und ich bin bezahlt. Und der Typ hat gesagt, hey, du wirst wie der Hugh Grant. Keine Entschuldigung. Ich bin wirklich alle Akte in Hollywood. Ryan Reynolds, Chris Hemsworth, Chris Evans, Matt Damon. Und natürlich Jennifer Aniston. Wenn du dich auch mit dir warst. Das ist ein Renaissance-Fahrer. Die Renaissance-Fahrer sind, wo die Leute sich in der Renaissance drehen, wie sie sind. Und sie haben Spiele mit Horsen und so. Und es ist eine ganze Gemeinschaft. Ich liebe Taiten. Und habt ihr schon mal jemandem das Leben gerettet? Ich habe mal versucht, aber ich habe sie getötet. Das ist eigentlich wahr. Willst du darüber sprechen? Nein. Nein, 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 nein.